Die Rekommendatoren begrüßen Sie heute herzlich in der Crown Lane. Heute freuen wir uns auf das Spiel Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Sehr flexible Formation heute bei Ihnen. Ja, ein 5-3-2, also erstmal ein Riegel hinten und dann umschalten. Und da sind die Außenverteidiger gefragt. Das sind natürlich Experten, wenn es darum geht, den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen, Buschi. Ja, das ist schon immer wieder beeindruckend, wie viel Druck sie aufbauen, wie sie den Gegner einschnüren, wie sie ihn zu Fehlern zwingen. Und das wird heute die Strategie sein. Ja, das wird heute die Strategie sein. Schiedsrichter heute ist Heiner Schnitti. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Wird das eine Torchance? Kone. Gute Aktion. Vandrich. Benateli. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und jetzt die Chance. Das Tor wird nicht gegeben. Und das zu Recht. Es war Abseits. Da kommt nochmal die Wiederholung. Ja, klare Nummer. Da steht er eindeutig im Abseits. Alles richtig gemacht vom Assistenten. Benateli. Jetzt wird's gefährlich. Da ist die Flanke. Und da können sie erstmal klären. Ballverlust. Herbner. Früh wird er jetzt gestört. Oh, nee. Jetzt müssen sie aufpassen. Da zieht er ab. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Er zeigt den Vorteil an. Sie können weiterspielen. Sauber vom Ball getrennt hier. Den Ball holt er sich. Vollkommen problemlos. Vandrich. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Vandrich. Das könnte... Verstand er gut. Und gibt Freistoß. Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Das könnte die Chance werden. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Luka guter Lua. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Benatelli. Kone. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment. Aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. Vandrich. Kone. Benatelli. Und er gewinnt den Zweikampf. Dimitri Nazarov. Gute Aktion jetzt. Sie rücken schön nach. Bieten sich an. Er passt gut auf und hat den Ball. Kone. Er spielt den Pass auf den Flügel. Sehr gut aufgepasst. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Heise. Kone. Vandrich. Da geht er dazwischen Pfandrich Wird's jetzt gefährlich Pfandrich Er gibt abseits Ballas Heise Und er gewinnt den Zweikampf Benatelli Cornet Das könnte gefährlich werden Das macht er sehr gut Klasse Tackling Da wäre jetzt viel Platz für den Konter Da kann er ihn stoppen Kornet Benatelli Heise Geht er rein? Und der Ball geht nicht rein Ach, aber was für eine Szene Und was für eine Chance Da sind sie gerade noch zur Stelle Offensshirt Offensшее Offensshirt 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 Offens ecosystems Offensprit Offenspresa Offens茶 Offensshirt Ballas. Kone. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Gibt's jetzt! Er entscheidet auf Freistoß. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erst mal weg. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. Drei Minuten gibt's noch extra Ballas. Da steht die Abwehr sicher. Kone. Heise. Benatelli. Kone. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv, sicher noch Luft nach oben. Keine Tore und leider auch kein gutes Spiel. Und wenn ich dich so angucke, Buschi, sieht auch nicht so richtig zufrieden aus. Nee, beiden ist ja nicht wirklich was eingefallen. Kein Wunder, dass es hier 0-0 steht. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Fairer Einsatz hier. Heise. Benatelli. Kone. 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 Heise. Jetzt müssen sie aufpassen. Gute Aktion. Ganz wichtig, da muss er hin. und direkt zurückgespielt klasse gemacht das könnte der gelegenheit werden ja gibt ecke wird hier jetzt einen wechsel geben ecke kommt rein da kommt er hin und er faustet den ball weg wer rettet hier die chance jetzt vielleicht klappt es jetzt es gibt eine weitere ecke so ecke kommt schlechte hereingabe bleibt hängen heise mit dem ball am fuß richtung gegnerisches tor da passt er auf und hat den ball halbe stunde noch dann ist das spiel vorbei abgefangen gut gemacht war das wenn er telly das könnte gefährlich werden er passt ihn auf den flügel gutes täglich ballverlust dmitri nasarow das wer ko wenn er telly heise wird jetzt gefährlich wenn er telly klasse aktion ball ist weg Dimitri Nazarov, Heise, und das ist der Ballverlust, ein guter Doppelpass, Tick zu lang. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen, Vandrich, jetzt könnte es gefährlich werden. Klasse Flanke, gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Gut gespielt, jetzt der Schuss. Ein torarmes Spiel hier bisher, aber jetzt dürfen die Fans hier endlich mal einen Treffer bejubeln. Lang, lang hat es gedauert und vielleicht verändert das ja dieses Spiel. Kurze Distanz, kein Thema für ihn. Das macht er ganz souverän. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gute Aktion. Da kann er sich den Ball holen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Benatelli. Heise. Jetzt müssen sie aufpassen. Kone. Der Kopfball ist drin. Super Tor hier mit dem Kopf, da hat das Timing absolut gestimmt. Klasse Kopfball, da gibt es nichts zu halten. Genau im richtigen Moment hochgesprochen. Schulmäßig, ein super Kopfball, tolles Tor, Buschi. Ja, da zeigt er, was er kann, Wolf. Gutes Timing, klasse gemacht. Hier nochmal dieser Treffer. Es wird eine Auswechslung geben. Und damit alles auf Anfang, es steht 1 zu 1. Dimitri Nazarov. Riese. Das könnte die Chance werden. Kone. Er spielt den Pass zurück. Herdner. Das wäre eine gute Chance gewesen, aber er passt auf. Da hat er die Situation erahnt und war zur Stelle. Das könnte eine Gelegenheit werden. Kone. Benatelli. Heise. Kone. Riese. Er spielt gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Gutes Take-Name. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Benatelli. Berko. Er bleibt konsequent bis zum Schluss. Nochmal Freistoß. Bei ihnen wird's jetzt eine Auswechslung geben. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Drei Minuten Nachspielzeit wird's hier geben. Da ist die Reingabe. Gut geklärt. Das war wichtig. Benatelli. Konrad. Jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. Unentschieden. Bierland. これ hat ein paar Republikum. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.